Als Konzertpianistin ist man gewöhnt immer neue Stücke lernen, immer diese neue Herausforderungen und eigentlich in Unterrichtssituationen ist auch so und man soll sich auch immer neue Impulse holen und ich bin wirklich sehr froh, dass ich dieses Modul 1 mit Meiling gemacht habe. Ich habe meine Werkzeuge, meine Unterrichtslernmethode sehr viel erweitert und dass ich in verschiedenen Situationen, bei verschiedenen Werken, mit verschiedenen Schülern, wie ich da umgehen kann und bei Klavierstücken, weil nicht, dass man zum Beispiel jede einzelne Note denkt und mit sehr viel Mühe irgendwie die zusammenbringt, sondern gleich von Anfang an als Gruppenbild zu sehen mit Vorstellungen, mit Geschichten, mit Emotionen, dann kann man auch viel schneller lernen und dann Klavierunterricht ist es dann nicht eine sehr trockene Sache, sondern verbunden mit sehr viel Freude und es ist etwas, das dann auch sehr lang in guten Erinnerungen auch bleiben kann bei den Schülern. Wenn man ein Tor aufmacht mit sehr viel Kreativität, dann kommen auch sehr viele zurück auch von den Schülern und dann macht es auch diese Klavierstimmung sehr spannend und sehr lebendig. Ich empfehle das Modul 1 mit Meiling an alle meine lieben Klavierkollegen, die offen sind und neugierig sind auf das Neue, lassen Sie sich überraschen, Sie werden es sicher nicht bereuen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020